Ich habe Pressemitteilung geschrieben, ich habe das Ordnungsamt informiert in Nordheim und auch den Landkreis in Göttingen. Und natürlich weiß auch die Polizei Bescheid, dass heute hier eine Einwand-Demo stattfindet. Danke dir. Freie Fahrt für freie Bürger, wie geht es hier weiter bei der Emtankstelle? Nur unser Öl ist das reinste der Welt. Stell, Aral und BP sind die größten Schweine. Wir sind rein. Reiner geht's nicht. Ich möchte mich als ein guter Freund Gaddafis recht herzlich für ihre aktive Unterstützung bei der Bekämpfung des aufmüpfigen libyschen Volkes bedanken. Unterstützen Sie uns weiterhin mit einer Spende durch Ihre Tankaktion. Jeder Tropfen Benzin, den Ihr tankt, hilft uns dabei, neue Waffen zu besorgen. Dankeschön. Tanken Sie bitte heute wirklich voll. Für nur 100 Euro kämpft ein Söldner in Libyen für tödliche Gerechtigkeit. Danke. Und lasst euch nichts erzählen. In Wahrheit steht das Volk natürlich hinter Gaddafi. Nur eine verschwindend kleine Minderheit widersetzt sich mit Hilfe von den bösen westlichen NATO-Kräften, unserem gerechten Herrscher, General Gaddafi. Also tankt bei uns, um dieser Ungerechtigkeit Einheit zu gebieten. Tanken Sie weiter. Wir brauchen die Kohle, um gegen die Demokratisierung in Libyen vorzugehen. Bitte tanken Sie weiter. Dankeschön. Bitte geben Sie Gas. Um 17 Uhr kommt mein Taxi. Dann muss ich zurück nach Göttingen zur Anti-Atom-Demo. Dankeschön. Bitte geben Sie Gas. Fahren Sie bitte nicht zu Shell. Shell, das sind die, die im Niger-Delta rumsauen und da mit irgendwelchen korrupten und Diktatoren Geschäfte machen. Das geht gar nicht. Und tanken Sie bitte auch nicht bei Aral. Weil, ne, die gehören zu BP. Und BP, das sind die, die bei Deepwater Horizon dieses Riesenunglück da verursacht haben. Tanken Sie bitte nur bei M. Wir sind sauber. Danke. Hier kostet der Tropfenbenzin 1,56, glaube ich. In Libyen kostet ein Tropfen ein Menschenleben. Danke fürs Tanken und beehren Sie uns bald wieder. So geht das.